Also natürlich sind wir gerade da auf dem Weg, die Frau zu stärken und so. Ich sag das schon wieder so ironisch, es tut mir leid. Ja, Tino, du hast jetzt hier eben schon gemüstet, was soll denn das? Wegen dir haben wir jetzt Ausgangsbeschränkung. Ich hatte ein Corona-Frühstück und hab mich offenbar bei meinem Orangensaft angesteckt. Ich hab mich ganz schlimm verschluckt und seitdem hab ich Corona-Husten. Das geht dann auch nicht mehr weg. Also keine Impfung hilft dagegen. Ja, wenn du jetzt 21 Uhr oder später rausgehst, da schneide ich dir die Füße ab. Wir wissen ja alle, dass der Coronavirus nachtsaktiv ist und sich nicht in Büros tümmelt oder in Schulen. Nein, er ist nur draußen und zwar nachts. Wer auch nur draußen und zwar nachts ist, sind wir. Wir sind Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Ladies and Gentlemen, wir sind Tinko an Ran-Tjaw. Und der Räube Nostra beim Bimbus. Oh, ich dachte fast, du sagst was komisches. Ich auch kurz, ich auch ganz kurz. Puh, Glöcke habt. Totste Bullet. Ja, nice, Dino. Schön ist das hier. Schön, schön. Wir sind wie immer topfit und ausgeschlafen. Und es ist 11.19 Uhr. Ich kann ganz transparent sein. Es ist Vormittag und wir haben beide länger geschlafen, aber hatten nicht viel Schlaf, glaube ich, beide. Ja, ich habe mir einen Wecker gestellt, aber ihn nicht angemacht. Das war ein guter Move. Sehr smart. Also wenn ich keinen Wecker habe, dann schlafe ich durch bis 16 Uhr. Also 16 Stunden kann ich auch durchschlafen. Hatte ich auch schon mal. Also ich habe halt eine solide innere Uhr, die mir sagt, oh Tino, ja geil und dann aufwachen. Nee, die habe ich nicht. Mist. Denkst du nicht im Schlaf, oh ja, Tino, geil? Äh, vorm Einschlafen. Ey, das nächste Mal lässt du das bitte so. Ich möchte, dass du in dieser Stimme Podcast machst. Ich wollte gerade sagen, vorm Einschlafen. Oft, aber nicht beim Einschlafen. Ja, wie gesagt, es ist ein furchtbarer Ursaft, ey. Ich verklage die Firma. Mach das mal. Wen du auch verklagen kannst, sind die Erfinder von Skat, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das ursprünglich Skat-Karten sind. Ich glaube schon. Und Herodes freut sich immer, wenn wir über so Gender- und Culture-War reden statt Amerika. Deswegen haben deine Theater-Schauspielfreunde schon herausgefunden, dass der König mehr wert ist als eine Dame. Ach so. Und im Englischen ist es noch schlimmer. Da ist nämlich der King mehr wert als die Queen. Ja, mit Recht, wa? Ja, wenn das rauskommt, du, da wird erstmal ein Ruck durchs Land gehen und alle Karten werden verbrannt. Das ist voll die gute Idee. Ich glaube, das werde ich mal anstoßen in der nächsten Antifa-Schauspiel-Veganer-Gruppe, dass wir ab sofort gegen Kartenspiele hetzen, die auch diese sexistischen, strukturellen Werte vertreten. Sehr gut. Dann habe ich doch meinen Bildungsauftrag erfüllt. Nee, Tino, wir haben geredet über die Ausgangssperre. Die wurde jetzt irgendwie bestätigt. Das Infektionsschutzgesetz wurde erweitert. Ich fühle mich sehr beschützt. Es ist halt irgendwie weniger sinnvoll, weil man ja eh schon Menschen nicht treffen darf. Also, ähm, auch am Tag nicht. Und es bleibt ja am Abend und in der Nacht auch illegal, warum man noch zusätzlich eine Nacht, eine Abendsperre einführen muss. Das ist ja auch schlecht für Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, einen Hund haben und spazieren gehen müssen mit dem abends. Oder die einfach nur spazieren gehen abends. Ich glaube, das dürfen die noch. Also, Hund ist okay, soweit ich das weiß. Ach so. Aber das ist trotzdem der Aspekt, den ich auf jeden Fall am wenigsten fühle, sage ich mal. Aber so Menschen, die einfach nur, weiß ich nicht, Depressionen haben oder die einfach mal raus wollen nach so einem anstrengenden Arbeitstag, die werden dann quasi direkt eingebuchtet und müssen nach Nordkorea ausgeflogen werden. Ja, vor allem so irgendwie, ich weiß nicht, wenn du den ganzen Tag denkst, hier in der Innenstadt, das ist ja, ja, da ist ja ein Rumpumpel in der Stadt. Wenn du mal in die Stadt reinguckst, Tino, da ist ja kein Corona. Da sind ja nur Menschen. Ja, ja, klar. Und wenn sich dann jemand denkt, da gehe ich mal nachts raus, um diese Leute zu vermeiden, dann macht er jetzt Sad Noises. Ja, das tümmelt sich auch dann alles am Tag. Wenn du weißt, du darfst gar nicht mehr raus am Abend, dann gehen die alle früher raus und dann treffen sie alle aufeinander und dann ist wieder hier die Ansteckungsquote mal einer Million. Also ich halte es auch für wenig sinnvoll. Ich werde ja auch immer angeschrieben von irgendwelchen Rechten, die behaupten, ich wäre ein Systemling und wäre eine Merkel-Hure. Aber auch ich kritisiere viele der Maßnahmen und die Schlumpigkeit und Schlamprigkeit der Regierung, dass sie es nicht gebacken kriegt, mal vernünftige Maßnahmen zu ergreifen, die durchzuziehen und auch mal das Impfen irgendwie voranzutreiben. Also ich weiß nicht, wo das Merkel-Hurig sein soll. Wo ist mein Impfangebot? Wo ist es? Ja, ich werde jetzt mit BioNTech geimpft. Also zur Transparenz... Du machst dir einen schönen Cocktail zurecht, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also ich bin ja kein Virologe, kein Experte, aber ich dachte, dass diese Impfangebote nicht umsonst erforscht worden sind und die gesagt haben, man braucht halt irgendwie zwei AstraZeneca-Impfungen, damit es funktioniert und zwei BioNTech-Impfungen, damit es funktioniert. Aber so eine Mischform irgendwie, ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Also wenn hier irgendwelche Experten sind bei unseren Zuhörern, schreibt gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir eine Privatnachricht, ob ich jetzt Angst haben muss, ob ich sterben werde in sechs Wochen, wenn ich meinen BioNTech kriege oder ob das genauso hilfreich ist. Ich verstehe es halt nicht so richtig. Was ich auch nicht verstehe, Tino, wo wir gerade beim Thema Corona sind. Es gibt einen viralen Hit aus Weimar, der ausnahmsweise mal nicht von mir ist. Hast du den gesehen? Meinst du das Amtsgericht Weimar? Nee, aber sprich, was ist dann da schon wieder los? Wir waren ganz groß in den Medien. Ich dachte, das meinst du jetzt. Es gab einen ganz großen Knall in den Medien, dass das Weimarer Amtsgericht dafür sorgen wollte, dass die Maskenpflicht nach den Ferien an Schulen abgeschafft wird. Und die ganzen Querdenkenden haben das in den ganzen Telegram-Gruppen geteilt und Facebook-Gruppen und dachten, ja geil, keine Maskenpflicht mehr. Aber jetzt kam wohl raus, dass der Richter, der Zuständige, auch so ein bisschen querdenkerisch drauf ist und das begünstigen wollte und natürlich auch irgendwie befangen ist. Und das Bildungsministerium hat auch gleich gesagt, dass dieses Urteil nicht rechtskräftig ist und maximal nur für die Personen, die geklagt haben. Aber das Amtsgericht Weimar kann sich wohl nicht über das Gesetz stellen. Oha, das ist ja mal kontrovers. Dieses Urteil hat keine Auswirkungen auf den Rest der Bevölkerung. Die Mund-Nase-Bedeckung bleibt halt Pflicht an Schulen und überhaupt. Aber das war jetzt so ein großes Ding, dass Weimar wieder voranprescht und irgendwie mit Negativschlagzeilen in die Medien kommt. Ja, mehr Negativschlagzeilen aus meiner Sicht gibt es hier bei einem Flash-Mob. Erster Weimarer... Moment. Da ist ja selbst im Titel die Grammatik falsch. Erster Weimarer Spontankaffee. Oh. Das ist doch scheiße, oder? Das klingt so ein bisschen nach Querdenker. Oh, warte mal. Ich bin aber dumm gerade. Erstes... Also, man... Da ist halt eine Eins. Ich hab's irgendwie... Weil's dahinter in Englisch steht. Ich hab's irgendwie gleich als Erster gelesen. Das war jetzt mein Vergehen. Ist okay, Leute. Rudert gefälligst zurück. Also, es gibt ein Video aus Weimar. Das erste Weimarer Spontankaffee. Ist trotzdem irgendwie dumm. Das ist halt auch ohne dieses... Was ist das? Ein Auxil-Crox-Rex überm E. Dieser Strich. Das ist halt ohne... Es ist alles ganz komisch. Egal. Ein Akzent. Ein Akzent. Ach so. Ein virales Video. 100.000 Aufrufe. Von Uli Masut. Falls er dafür verantwortlich ist. Auf jeden Fall hat er das Video geschnitten. Und hat eine schöne PayPal. Könnt ihr richtig schön rein supporten. Aber erst nachdem ihr in Patreon reingebuttert habt bei mir. Ja, also da ist ein... Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Weil es könnten meine Nachbarn sein. Da ist ein Haufen Husos. Ja. Die sich, ähm... Am 31. März. Aber das Video ist von dieser Woche. Am 31. März. Spontan. Das macht mich am aggressivsten, Alter. Dass die nicht wissen, was ein scheiß Flashmob ist. First Weimar Flashmob Café. Die brauchen erstmal eine halbe Stunde, um das da aufzubauen. Stellen da so ein paar Tische hin. Stellen Kuchen oben drauf. Und Stühle ran. Und dann fangen sie an zu essen. Das ist ja so eine kreative, tolle Flashmob Idee. Ein Flashmob ist ja eher so, hey, wir machen hier was eine Minute. Und dann verpissen wir uns wieder. Wäre in dieser Variante vielleicht auch ganz gut gewesen. Aber so sitzen die dann da halt irgendwie eine Stunde auf diesem Platz. Und fressen sich Kuchen in ihr Fettmaul. Während mein Opa im Krankenhaus an Corona fast verreckt. Ähm, ja. Hier sieht man jetzt auf jeden Fall die Polizei. Mit dem Untertitel des Videos. Hier komplette Ratlosigkeit. Schnitt zu diesem Bild voller Husos. Die halt da sitzen und denken, sie haben das spannendste Hobby aller Zeiten. Rumsitzen und essen. Wow. Alter, ihr seid so unfrei, liebe Leute. Ihr könnt nicht Kaffee trinken im Kaffee. Und da steht dann hier Lebensfreude. Die Lebensfreude sieht man denen wirklich an, Alter. Die haben wirklich den spannendsten Alltag aller Zeiten. Richtig geil. Ich will jetzt nicht urteilen, aber das sind schon alles Spackos. Ich will nicht verallgemeinern, aber alles Husos. Ich habe das Video auch gesehen, ja. Ganz, ganz kurz noch, Tino. Ich habe mich nämlich jetzt auf gefährliches Torrent begeben. Wir kommen jetzt nämlich zur Bewertung dieses Kunstprojekts. Ich weiß gar nicht, ob hier steht info at kabarettmusik.de. Wenn das wirklich so eine halbwegs offizielle Sache ist, die Bewertung von diesem Video sind 7.007 positive Likes und nur 90 Dislikes. Das ist traurig. Wahrscheinlich haben nicht die richtigen Leute das Video sehen können, um es zu disliken. Ich bin ja jetzt auch gar nicht der allergrößte Freund von so Hate-Wellen auf Videos oder Leute schicken. Aber das schockiert mich, dass das nicht organisch sich schon so ergibt. Es wird natürlich in einschlägigen Telegram-Gruppen wahrscheinlich hin und her geschickt worden sein. Aber Gott, ey. Ja, ich habe es auch gesehen und habe auch ein paar Menschen wiedererkannt. Unter anderem auch eine ehemalige, ich will nicht sagen Kollegin, aber eine, mit der ich mal gearbeitet habe, so ein, zwei Mal, die eigentlich total reflektiert wirkte. Die ist auch so im sozialen Bereich unterwegs und kulturellen Bereich und wirkte immer ziemlich reflektiert. Und hat sich auch immer stark gemacht für gute Sachen, also auch so antirassistisch und so weiter. Und dann sieht die in diesem Video und sie hat damals schon so ein bisschen erzählt von wegen, man soll mal googeln über Bill Gates, dass das ja irgendwie komisch alles klingt und der jetzt in diese Impfkampagne investiert und so. Da dachte ich auch schon, naja. Nicht, dass sie jetzt abdriftet, aber das war nur so, so mal ein kurzer Moment, wo sie das angesprochen hat. Ohne Sicht, sie hat in diesem Video wieder, wo sie halt mit diesen ganzen Querdenkern und, und ich zitiere Husos, herumsitzt. Und da dachte ich mir schon, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist sie jetzt nicht irgendwie in irgendwas heingeraten, wo sie nicht hingehört. Und erst vor kurzem habe ich doch hier im Podcast erzählt, dass ich eine, glaube ich zumindest, dass ich eine Person gesehen habe, die ohne Maske einkaufen war, im Nahkauf. Und das war die gleiche Frau. Und die ist ja selbstverständlich ohne Mund-Nase-Schutz einfach rumgelaufen zwischen den Regalen. Und ich habe aus Reflex kurz gegrüßt, weil ich sie irgendwie kenne, wir uns ja kennen und uns auch ganz gut verstanden haben. Und mich fiel erst nach drei Sekunden auf, dass sie ihre Maske gar nicht getragen hat und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und habe tatsächlich an der Kasse, als ich dann bezahlt habe, gesagt, mir ist gerade eine Frau aufgefallen, die hier keine Maske trägt. Das finde ich unangenehm. Machen Sie mal was dagegen. Deswegen hat er dann daraufhin auch die Kasse geschlossen und ist dann quasi zu der Frau hin und wollte dann mit ihr sprechen. Aber ich bin dann schon gegangen, weil ich nicht gaffen wollte. Aber da habe ich einmal versucht, Courage zu zeigen und zu sagen, ich fühle mich unwohl, wenn jemand im selben Einkaufsladen keine Maske trägt. Weil ich finde es echt scheiße, dass ich mich auch, in Anführungsstrichen, quäle, eine Maske zu tragen. Falscher Ansatz hier. Das Ding ist halt, dass das einfach kein Akt ist und dass jeder, der deswegen Bubu macht, einfach mal fucking älter als fünf sein sollte. Ja, ich sehe es genauso. Es ist halt klar, es ist irgendwie nervig, dass man daran denken muss. Und ich war auch schon mal aus dem Haus gegangen und habe kurz vorm Laden gemerkt. Weißt du, was auch nervig ist, bei der Scheißstraße von links nach rechts gucken zu müssen, dass man nicht überfahren wird, ist auch nervig. Ich würde auch lieber direkt über die Straße gehen. Das sind alles Spackos. Ich weiß, ich bin der übelste Systemling. Ah, 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 Hals, Maul. Dieses Thema sollte überhaupt nicht politisch sein. Das ist einfach fucking Virus und keine politische Scheiße. Das ist so hässlich, Alter. Es geht mir nur noch auf den Sack. So, jetzt habe ich aber fertig. Ich sehe es ganz genauso. Ich wollte nur sagen, dass ich es auch, dass ich es verstehen kann, dass es einen manchmal irgendwie beeinträchtigt, wenn man sich denkt, okay, ich habe jetzt meine Maske irgendwie liegen gelassen. Das muss ich nochmal umdrehen. Hätte ich auch schon zweimal das Problem, dass ich Zeitdruck hatte, wollte einkaufen und sehe dann in meiner Tasche, dass meine Maske noch irgendwie im Büro liegen muss oder zu Hause liegen muss. Dann drehst du halt um und dazu kommt noch, dass ich auch eine Brille trage und die oft beschlagen ist. Ja, es ist manchmal komisch, aber man muss eben abwägen, will ich mich vor einem scheiß Virus schützen, der mich umbringen kann und mit dem ich andere Menschen anstecken kann oder trage ich mal für fucking zehn Minuten, während ich einkaufen gehe, eine blöde Maske. Und ich kenne ja auch Ärzte und Chirurgen, die müssen im OP auch eine Maske tragen. Manchmal stundenlang, weißt du, und es gibt auch OPs. Das ist eigentlich, das ist eigentlich seit einem Jahr alles durch, Tino. Das ist alles, man kann, mir geht am allermeisten auf, also erstmal von der schrägen Definition von Flashmob abgesehen, geht mir auf den Sack, dass das halt diese, diese, diese Menopause-Frauen-Definition von Spaß ist, Alter. Wow, du sitzt auf einem scheiß Platz an einem Tisch und isst. Was hast du für ein geiles Leben, endlich bist du wieder frei. Hey, du hässliches Kack, oh, da, oh, ah, es macht mich so fertig. Das Ding ist, wenn du unbedingt an einem Tisch sitzen willst mit Leuten und essen, dann kannst du das ja. Setz dich doch mit deinem Hausstand, nimm noch einen weiteren dazu, da seid ihr doch schon fünf, easy, weißt du. Aber warum muss denn dieses, also die interagieren ja gar nicht mit den anderen Tischen. Die sitzen ja einfach nur da und das ist dann die Freiheit und der Spaß, die Lebensfreude. Das ist einfach nur langweilige Scheiße, Alter. Menopause-Frauen, Menopause-Männer. Ihr habt sonst einfach nichts mehr zu tun in eurem Leben. Da ist dann die größte Action, die ihr kriegt, mit ein paar Leuten auf dem Platz sitzen. So, jetzt bin ich fertig. Hey Gerda, ich hab voll die tolle Idee, wir zeigen es der Regierung mal so richtig. Wir kaufen uns ein Stück Bienenstich, setzen uns mit einer Tasse auf den Dörnerplatz und dann werden wir die Regierung so richtig fertig machen. Wir sind im Widerstand. Oh Gott, ey, es macht, äh. Ja, es ist abendselig, es ist abendselig, auch jeden Montag diese ganzen Spaziergänge, die ja keine Demos sind, durch Weimar, was, weiß ich nicht, was sie erreichen wollen damit. Die fühlen sich so ein bisschen wie diese Revolutionskämpfer und wie, äh, zur Wendezeit, diese Spaziergänger, aber sind das Gegenteil davon. Ich hab natürlich jetzt hier polemisch und vulgär dahergeredet. Wenn Leute zugucken, die an dieser Aktion beteiligt sind, ich kann natürlich auch ganz sachlich darüber argumentieren, aber das macht a, weniger Spaß und b, ist es weniger befreiend. Aber wir können uns gerne auf einer intellektuellen Ebene treffen, liebe Husos, gar kein Problem. Das bringt mich gleich zu meinem nächsten, ähm, ähm, Thema, was daran anschließt. Ich habe einen eigenen kleinen viralen Hitler geschaffen. Ich war auf Facebook unterwegs, mal wieder, und da gab es einen Tagesschau-Beitrag, äh, wo sie sich entschuldigt haben, weil sie eine, eine Grafik falsch beschriftet haben oder irgendwie Farben nicht eindeutig benutzt haben, um zu zeigen, wie hoch die Infektionszahlen sind. Das war wohl irreführend, so ein bisschen zum Ablesen. Dann haben sie sich eben entschuldigt, so, dass es passieren kann und dass sie keine falschen, ähm, ja, Werte vermitteln wollten damit. Und da habe ich halt nur kommentiert drunter, ähm, äh, ich wollte es eigentlich zitieren, ich finde es aber gerade nicht. So, nach dem Motto, daran kann man doch mal sehen, dass wir eben nicht in einer Diktatur leben, weil Staatsmedien entschuldigen sich nicht, ähm, vor, ach ja, hab ich es gefunden. In einer richtigen Diktatur werden KritikerInnen weggesperrt oder erschossen. Staatsmedien entschuldigen sich nicht, außer in sehr, sehr schlechten, sehr, sehr schlechten Diktaturen. Vielleicht fällt es unseren Quer-Nicht-Denkern und AfD-Wählenden auch langsam mal auf. Und ich dachte, das ist halt einfach nur ein Kommentar, wie man ihn zuhauf überall liest, ja, den ich auch tausendmal so in der Art, äh, geschrieben habe. Aber innerhalb von wenigen Stunden kamen dann irgendwie sechstausend, äh, Reaktionen darauf. Und alleine 300 Menschen, die mich in den Kommentaren erwähnt haben, und ich bin zugespannt worden von Leuten, ich hab's ja in meiner Instagram-Story so ein bisschen gepostet, was ich da so an den Kopf geknallt bekommen habe, was für ein Hautständer ich doch wäre. Meine Haare würden schimmeln und, ähm, lauter andere Sachen, die sich inhaltlich damit auseinandersetzen. Wow, Kreativ Riso, der hat blaue Haare, der ist nicht zurechnungsfähig. Alter, ich, heute bin ich im Run, Alter. Ich sag dir, ich hätte, ich hätte ein bisschen länger schlafen sollen. Nee, ist genau richtig so, Robin. Du brauchst diesen, diese Schlafenergie, um, äh, deine, deine, deinen innerlichen Hass rauszulassen. Es ist halt so, Alter, das ist, äh, das ist das schlechteste Ad hominem, was ich je gehört habe. Der hat blaue Haare, in deinem Fall eher so grün oder was auch immer das da sein soll. Der kann nicht recht haben. Ich hab aber noch einen Lieblingskommentar gehabt, den ich, äh, auch ein paar Leuten geschickt habe. Äh, Moment, Moment, eins, zwei, drei. Da hat jemand nämlich geschrieben, auf meinen, meinen Beitrag hin, ähm, wo bitte entschuldigt sich die Tagesschau? Die schreiben nur, dass es ihnen leid tut. Ah. Stimmt. Das war schön und logisch und der hat mich damit völlig zerstört. Also, ähm, ich war ein kleiner, viraler Hit die Woche und es hat mich sehr gepusht und ich hab ganz viele... Wenn ihr zu antworten könnt, der Adolf, der hat auch zwischendrin mal gesagt, es tut mir leid mit diesen Juden. Nee, es war ja so dieser Widerspruch, weißt du, dass er halt irgendwie schreibt, die Tagesschau hat sich nicht entschuldigt. Die haben nur geschrieben, es tut mir leid. Das ist halt einfach lächerlich. Und da kam mir noch eine, es kamen auch ein paar Privatnachrichten an mich. Und da hab ich ganz süße Reaktionen bekommen, auch von Herodes und anderen Leuten. Und dieser Typ hat mir geschrieben, ich soll mich vor einen Zug werfen. Ähm, bitte wirf dich vor den nächsten Zug, du kranke Missbildung. Und den Typen hab ich auch, kann ich transparent machen, ähm, angezeigt. Und ich bin gespannt, ob da was rauskommt. Okay, ich hab das übrigens auch gesehen, auf Instagram zumindest. Facebook nutze ich ja bekanntlich nicht so ecstasiv wie du. Ähm, und da dachte ich mir, warum eigentlich diese Leute zensieren? Also, auf Facebook sind sie ja auch nicht zensiert. Und Instagram ist ja sogar quasi ein Teil von Facebook. Ja, ich hab auch überlegt. Also, ich dachte mir so, fuck off, Alter, weißt du? Ich hab auch überlegt, weil ich ja auch schon Leute gesehen habe, also Frauen gesehen habe, die Dickpics bekommen haben und dann diese weiter geteilt haben. Also, die Pinnisse zensiert, aber die Personen halt nicht, um zu zeigen, was für Leute das eigentlich sind, die ihnen das schicken. Aber ich dachte mir, ich will mich nicht in juristische Fahrwasser begeben, weil du machst ja einen Screenshot von diesen Profilbildern und von den Namen. Und ob das so, weiß ich nicht, klar zu Tierrecht hätte es auch sein können. Also, dass ich die halt zitiere und nicht das sein darf. Naja, und wie gesagt, es ist ja fast die gleiche Plattform im Prinzip. Und sie sind ja nicht anonym, also. Ja, das recht. Also, es kann schon sein, dass es nicht ganz, ganz koscher ist, das zu machen so. Aber ich glaube, bevor die zur Polizei gehen und sagen, hier, der hat einen Screenshot von mir geteilt, denken die doch eher, oh, vielleicht, wenn ich den beleidigt habe, sollte ich vielleicht nicht zur Polizei gehen. Das Spannende ist, ich hätte auf meiner Homepage auch so ein Kontaktformular, wo mir Leute schreiben konnten. Da gab es auch schon mal zwei Leute, die mir irgendwie gedroht haben. Ich wäre ja irgendwie ein Hurensohn, soll mich vergraben gehen. Und die mussten halt ihre E-Mail-Adressen angeben, ihre richtigen. Und da habe ich dann auch einfach so eine E-Mail zurückgeschrieben von wegen, dies ist eine automatische Rückantwort von Tino Rannacher. Und bitte haben Sie Nachsicht, dass wir nicht sofort antworten können. Wir überprüfen jede Nachricht juristisch und sehen auch von Anzeigen nicht ab, die beleidigend sind, außer sie entschuldigen sich bei uns. Und dann kam auch dann direkt Entschuldigung von den Leuten. Das war sehr witzig. Süß. Dass man ihnen nur so ein bisschen thronen muss und die auch an den Eiern hast, weil du ja ihre E-Mail-Adresse besitzt. Ist witzig. Hat nur so ein bisschen gezeigt, was der Unterschied ist zwischen Meinungsfreiheit und Meinungshoheit. Dass die Menschen ja immer drauf pochen, dass sie ja alles sagen dürfen wollen. Aber sobald du ihnen widersprichst, dann fangen sie an zu heulen und sich zu beleidigen und dich zu canceln. Dann machen die ihre eigene rechtsradikale Cancel-Culture. Dann raffen das halt nicht. Geil. Also ich wollte gerade eine Überleitung machen, aber dann sehe ich gerade, da irgendwie fehlt mir hier ein Stück Information. Ich habe hier einen Screenshot gemacht und weiß gar nicht mehr, zu welchem Video das war. Ja. Was hast du denn sonst noch, Tino? Ich muss das da kurz rausrecherchieren. Soll ich ein größeres Thema auspacken oder eher ein kleineres Thema? Pack dein großes Penis-Thema hier aus. Apropos Dinge, die man aus den Geschlechtsteilen heraus holen muss. Aha. Pinky Gloves. Ich wusste ja, dass du da bestens informiert bist. Ich habe nur das Schlagwort irgendwie auf Twitter oder so gesehen und wusste, ach komm, der Tino, der übernimmt das. Es war das Thema der Woche und es ist für mich auch irgendwie der virale Hitler der Woche, abgesehen von meinem kleinen Facebook-Posting. Pinky Gloves war etwas, was ich nicht sofort mitbekommen habe. Ich habe auch nur auf Instagram so ein paar Storys gesehen, dass sich irgendwelche Männer peinlich benommen haben sollen bei Höhle der Löwen. Und ich dachte erst, ja, ist eh nicht so relevant. Ist eh nur so eine RTL-Show oder so. Dann habe ich dann gesehen, dass das richtig große Wellen schlägt und auch ganz viele Menschen, die ich richtig cool finde und Künstler, auch Karikaturen zu dem Thema gemacht haben. Und es geht darum, dass zwei Männer pinke Handschuhe entworfen haben, die den Frauen es ermöglichen sollen, möglichst hygienisch und diskret Tampors aus sich heraus zu poolen und dann wegzuschmeißen. Unter dem Slogan, dass es ja irgendwie umweltfreundlich ist und diskret und weniger eklig. Und das ist vielen Leuten sauer aufgestoßen. Und erst dachte ich, naja, vielleicht übertreiben sie ein bisschen mit dem Shitstorm gegen die beiden Männer. Weil ich erst dachte, das Problem ist, dass zwei Männer profitieren von Frauenprodukten. Und darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern es geht eher darum, wie die beiden das verkauft haben. Denn es sind zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten, die dann irgendwie in eine Frauen-WG gezogen sind. Und es wohl furchtbar eklig fanden, im Badmühleimer benutzte Tampons oder Binden zu sehen oder zu riechen. Und wollten deswegen eine Lösung finden, wie man das beheben kann. Und haben halt diese pinken Handschuhe. Also es müssten natürlich pinke sein, weil es für Frauen ist. Vor allem krass innovative Idee, du. Total, ja. Und damit halt sie das nicht mehr sehen müssen. Aber ich weiß nicht. Also ich habe noch nie von Frauen gehört, dass sie es selber eklig finden, sich anzufassen, um die Tampons rauszuholen. Und ich habe auch noch keinen erlebt, der das eklig fand, dass in diesem Mülleimer Tampons drin liegen. Oder ich weiß nicht. Ich habe ja auch schon in Frauen-WGs gelebt. Und weiß nicht. Mich hat das bisher nicht gestört. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden Männer gar nicht den Frauen Gutes tun wollen, sondern vielmehr den Männern, die sich davor ekeln. Und das ist dann wieder so ein Framing von wegen, müssen sich Frauen etwas schämen vor ihrer Menstruation? Und das finde ich halt wiederum sehr, sehr schwierig. Und da verstehe ich wieder so ein bisschen diesen Shitstorm. Und dazu noch dieser Slogan umweltfreundlich. Ich meine, das sind Plastikhandschuhe in Plastikverpackungen eingepackt. Das ist überhaupt nicht umweltfreundlicher als so eine Binde, die man einfach in Badmülleimer wirft. Also ich kann das jetzt schon versuchen, ein bisschen zu verteidigen. Aber ich verstehe natürlich den Punkt so. Also, was weiß ich. Ist das normal im Mülleimer? Also ich meine, pass auf, mein Ansatz ist nur, es ist ja ein körperliches Ausscheidungsprodukt. Das ist ja völlig okay und völlig fein und Frauen, Alter, ihr seid super. Nur, wenn jetzt irgendwie Kacke im Mülleimer liegen würde, fände man das ja jetzt auch nicht so gut. Also von daher kann ich zumindest diesen Denkanstoß so ein bisschen. Es ist natürlich kein Kot, es ist wunderschöne Frauenflüssigkeit, es ist super geil. Und ich begebe mich hier in gefährliches Warwasser, ist mir bewusst. Mich persönlich stört das auch nicht. Ich versuche nur so ein ganz kleines bisschen, vielleicht eine zweite Seite zu beleuchten, weil das finde ich einfach sehr ermüdend heutzutage im Internet, wenn wirklich einfach nur eine Seite und eine Seite und eine Seite. So, von daher, ja, kann ich zumindest nachempfinden, dass man da einen Groll hat. Ich persönlich habe das nicht, aber ob es jetzt wirklich Pinky Gloves braucht, das wage ich zu bezweifeln. So, und das, also das Ding ist halt auch, also es ist halt ein Mülleimer, es ist ja für Müll da. Ja, so. Ich würde es verstehen, wenn die Dinger irgendwie neben dem Klo liegen würden oder sowas. Aber dann sollte man vielleicht mit der individuellen Frau reden und nicht generell. Ja, die wollten halt einfach Geld verdienen, würde ich sagen. Ja, gut, das ist aber nicht das Problem. Also ich finde es schon okay, wenn Menschen, also zum einen finde ich es gut, also auch mal um was Gutes rauszuholen. Und ich finde es gut, dass sich Männer irgendwie... Was Gutes rauszuholen? Einen roten Tampon zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Tee, wie ein Vampir sagen würde. Ein Teebeutel. Nein, also um das, ich finde es gut, dass Männer sich Gedanken machen so um Menstruation, dass sie auch irgendwie eine Debatte entfachen zu dem Thema. Das ist schon mal was Gutes. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass es halt zwei Männer sind, die daran Geld verdienen. Also ich finde es nicht schlimm, weil es ist doch okay, wenn das irgendwie Frauen hilft. Aber es hilft Frauen, glaube ich, nicht und schafft halt wieder so ein Stigma von wegen, man muss sich irgendwie schämen für eine Menstruation. Und eigentlich geht der Weg ja so ein bisschen dahin, dass man eher offen damit umgeht und Frauen eben nicht mehr irgendwie diskret einer anderen Frau zuflüstern müssen. Epst, ich hab ein Problem, kannst du mir helfen? Sondern dass sie halt tatsächlich offen sagen können, jetzt nicht in einer großen Runde, ey, ich blute aus der Fotze, sondern dass sie halt... Fällig, fällig stabil, Alter. Würde sein High Five von mir hageln. Dass man halt so einen Mittelweg findet von wegen irgendwie, dass man offen darüber reden kann. Ja, ich fühl mich grad nicht gut irgendwie, ich hab eh meine Tage und so. Das soll eher der Weg sein und nicht dieses, ich muss mich verstecken und das noch verniedlichen, indem ich pink Handschuhe trage. Aber Tino, ich finde diese Debatte etwas irreführend, muss ich sagen. Also natürlich sind wir gerade da auf dem Weg, die Frau zu stärken und so. Ich sag das schon wieder so ironisch, es tut mir leid. Nee, aber die Debatte sollte ja nicht, also der Gedanke ist ja nicht, du sollst dich für deine Menstruation schämen, genauso wie du dich nicht dafür schämen musst, dass du halt kackst. Die Frage ist ja, wie dann damit umgegangen wird. Ob du halt ins Klo kackst oder daneben. Ja, aber ich finde, ich finde es halt schwierig. Dann solltest du dich als Individuum, nicht du als weibliche Rasse schämen, wie du damit umgehst. Aber ich persönlich finde jetzt auch nichts Schlimmes an einem Tampon in einem Mülleimer. Ich auch nicht. Wenn, wenn, ich würde es vielleicht, wenn das halt irgendwie der Haushalt von ihm ist und er sagt, äh, aber wohin denn auch sonst, Mann? Der sollte sich nicht einscheißen. Aber es geht wirklich eher darum, was machst du mit deinen Ausscheidungen, die ja ganz natürlich sind und nicht, ob du welche hast. Ja, ich würde es auch nicht mit Kot vergleichen. Es ist schon noch irgendwie was anderes, tatsächlich. Ich will aber, dass wir auch einen Shitstorm haben, Tino. Ach so. Ja, blutende Frauen ist wie Kacke. Und wir müssen uns noch korrigieren, denn man kann ja auch als Mann menstruieren, das ist auch ganz wichtig, aus dem Fronthole. Also menstruierende Menschen aus dem Fronthole. Um es ganz korrekt auszudrücken. Wir hatten es wirklich geschickt, umschifft. Nee, nee, das war mir bewusst. Und deswegen wollte ich es nicht umschiffen. Ich will direkt rauffahren. Herr Rudes kriegt jetzt schon wieder so eine Ader an der Schläfe. Soll er doch. Ich habe ihn doch lieb. Nee. Frauen, macht eure Tampons hin, wohin ihr wollt. Ist mir scheißegal. Super geil. Free the Tampon. Wir können es aber auch ganz kurz nutzen, um Werbung zu machen, dafür, dass Menschen einfach, egal was für ein Geschlecht, was für eine Identifikation, was für eine, ob sie jetzt Außerirdische oder Steine sind. Es ist einfach sinnvoll, wenn man... Moment. Ja, sorry. Was? Aber ich habe gerade einen Gedanken, was das Ganze absurd macht. Was macht man mit dem Tampon? Man holt den raus mit dem Handschuh. Warum? Weiß keiner. Das weiß keiner. Okay. Also wenn irgendwie dann deine Finger blutig sind, kann man die ja waschen. So, nächster Step. Wahrscheinlich nimmst du die Handschuhe dann nach, also stülpst die so über den Tampon, was ja da drin ist? Ja. So. Und dann kommt es in Mülleimer oder was? Ja, genau. Also so wie vorher nur in den... Also vielleicht sollte dieser Mensch sich einfach nicht durchsichtige Müllbeutel kaufen und hat das gleiche Ergebnis. Vermutlich. Also es scheint nicht durchdacht gewesen zu sein. Offenbar haben die sich echt nicht abgesprochen mit irgendwelchen Frauen, sondern einfach nur sich dazu zweit hingesetzt als Männer, die eh keine Ahnung davon haben. Die hatten echt nur diesen einen Konfrontationsmoment, dass sie auf einem Scheißhaus saßen, haben in den Mülleimer vielleicht ein Kaugummi reingeworfen oder so, haben da gesehen, dass da halt ein Tampon drin liegt und dachten, da muss was gemacht werden. Und mehr war es halt wahrscheinlich nicht, womit sie sich beschäftigt haben. Ich wollte noch ganz kurz Werbung machen dafür, dass Menschen einfach prinzipiell sich so Mülleimer neben das Klo stellen. Weil ich habe das öfter gesehen, gerade in Männer-WGs oder Männerhaushalten oder in den Haushalten von Menschen mit Penis, dass da diese Mülleimer fehlen. Und ich glaube, dass Menschen, die halt menstruieren und irgendwie auf Toilette gehen und halt irgendwie den Tampon wechseln wollen oder so, dass sie dann halt irgendwie das nicht tun können, weil da halt kein Mülleimer steht. Weißt du? Das ist, glaube ich, allgemein sinnvoll, das zu haben. Egal, welchem Haushalt man lebt, habt Mülleimer neben dem Klo. Und ich habe auch mal mir sagen lassen von einer Dame, die meinte, dass sie ein Date hatte mit einem Typen über Tinder, glaube ich. Und dann war sie bei ihm auf Toilette zu Hause und war eigentlich bereit, mit ihm was zu starten. Hat aber gesehen, dass neben seinem Klo kein Mülleimer war. Das hat sie so abgefuckt, das war ein richtiger Cockblocker, dass sie danach gesagt hat, nö, mit dem fange ich nichts an. Der macht sich keine Gedanken über Frauen. Just saying, ja. Aber das ist doch auch schon wieder dumm, Alter. Nee, ich kann es völlig nachvollziehen. Vielleicht will der keine fünf Mülleimer im Haus haben. Fünf, zwei, einer für die Küche und einer fürs Bad. Ja. Und gerade als Mensch, der irgendwie, der Frauen datet oder zumindest Frauen zu Gast hat, kann man doch sagen, okay, ich bin ein Gentleman, wenn man das so aufgreifen will. Ja, also ich habe ja auch einen Mülleimer im Bad und finde das ja auch gut, aber also da jetzt gleich wieder auf die ganze Person zu schließen, ist einfach so albern, Tino. Ich habe es verstanden. Ich hätte es auch anders gelöst. Ich hätte auch gesagt, hier, also wenn man auf so einer gewissen kommunikativen Ebene, jetzt kann man ja sagen, hier, pass auf, mir ist aufgefallen, dass auf deinem Klo irgendwie ein Mülleimer fehlt. Mach das mal so. Das ist cool, wenn du Frauen zu Besuch hast. Ist ja, man kann es auch anders lösen, aber ich habe es zumindest verstanden, ihren Gedankengang, dass sie halt irgendwie voraussetzt, dass sie halt sich mit Männern nur trifft. Man kann auch Hitlers Gedankengang verstehen, Tino, also das ist für mich kein Argument. Ah. Die Frage ist, ob es richtig ist. Wer entscheidet das denn, ob es richtig ist? Es ist halt... Ich bin heute richtig gut dabei, Tino. Immer diese, diese Nazi-Vergleich, ja, diese... Die sind halt so einfach. Die sind so einfach, Mann. Aber wir können was anderes vergleichen, um endlich mal von diesem Thema wegzukommen. Wir können nämlich Amerika mit einem dritten Weltland vergleichen. Da gab es nämlich so ein Video, ich habe es jetzt endlich wieder rausgefunden. Das Video heißt A Quick Walk Through Kensington Avenue, Philadelphia. Und da geht es darum, dass ein netter Mensch durch Philadelphia läuft und diese ganze Straße ist komplett voller Obdachlose, die auf der Straße schlafen. A.K.A. Dritte Weltland, USA. Sehr großer Spaß. Und da unten drunter habe ich nochmal gesehen, dass Pentagon... Äh, Pentagon... Alter. Pentagon-Budget für 2022 beträgt 753 und dann neun Nullen. Ich vermute, das sind Trillionen. Ja, ein ganz normaler Podcast-Gehalt, ne? Es ist halt immer schwierig mit diesen Trillion, Billion im Englischen, ne? Es ist ganz, ganz, ganz komisch. Pentagon-Budget Manga-Magazin Pentagon-Budget Also 753 Milliarden Dollar für das Pentagon, sprich für, ja, wieder sinnlose Flugzeuge bauen, die dann nicht funktionieren, Krieg führen und so weiter. Aber Hauptsache, du hast eine eigene Straße, wo nur Obdachlose wohnen. Ich habe da auch noch so eine Netflix-Doku gesehen über so ein Hotel, das Cecil Hotel. Da sind unter anderem viele Morde passiert. Und da in der Hood ist nämlich exakt die gleiche, das gleiche Szenario in Los Angeles, da wohnen einfach die Leute. Also das ist so ein quasi abgesperrter Bereich, so ein bisschen, wo einfach die Obdachlose auf der Straße wohnen. Und das ist ganz normal. Hauptsache für das Militär ist Budget da. Biden will jetzt sogar noch mehr Militärbudget haben, als Trump schon hatte. Genug Negatives über Biden. Man kann zumindest sagen, hey, er will bis zum 11. September 2021, zum 20. Jubiläum, gerade rechtzeitig, wenn die Söhne der Soldaten, die damals in den Krieg gezogen sind und jetzt auch immer noch im Krieg sind, endlich können die Söhne nachgezogen werden. Sie sind im richtigen Alter. Jetzt sagt Biden aber, leider, 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 wir müssen auf, genau so hat er geredet, das ist nämlich ein alter Mann, aus Afghanistan müssen wir leider raus und zwar komplett und zwar eine bedingungslose Rückzug. Rückzug. Ach so. Ja, also kein Condition Based Rückzug, weil das hatten wir die letzten 20 Jahre, also von wegen, ja, wir ziehen uns erst zurück, wenn hier die Taliban mit uns Tango tanzt oder so. Nee, komplett zurück. Das ist ja immerhin etwas. Trump wollte ehrlich gesagt noch ein bisschen früher raus, aber nicht so ganz. Trump wollte halt immer noch so 3000 Soldaten da lassen und das ist halt nicht rausgehen. Also ein schöner Tag für die Hoffnung, denn noch ist es ja nicht durch, man weiß es nicht, ob das wirklich so kommt, aber immerhin eine schöne Idee. Zum Jubiläum sag mal, hui, kommt endlich nach Hause, wir haben genug Öl. So. Ja, ich hab davon wenig Ahnung, ich hab nur mal mir von irgendjemandem sagen lassen, dass es auch Menschen in Afghanistan gibt, die das ganz gut finden, dass da amerikanische Streitkräfte sind, weil die wohl auch so ein bisschen die Bevölkerung beschützen sollen angeblich und auch ausbilden sollen irgendwie. Ich weiß es nicht so richtig, ob das ist. Hast du das aus afghanistanischen Medien gehört oder zufällig aus amerikanischen? Ich hab ja selber einen in der Verwandtschaft, der auch in Afghanistan war und der hat so ein bisschen erzählt, dass es halt nicht nur schwarz-weiß ist, dass es halt auch Argumente gibt dafür, dass man stationiert ist und so weiter, dass es da irgendwie auch sinnvoll sein kann, aber natürlich stimmt auch die andere Seite so ein bisschen, dass auch Afghanistan und andere Länder ausgebeutet werden und manchmal auch die Argumente nur scheinheilig sind. Aber ich hab da wenig Ahnung von. Aber jedenfalls... Das ist schon alles richtig. Wir brauchen die Vereinigten Staaten von Amerika, die müssen Weltpolizei spielen. Das müssen auf jeden Fall die USA machen. Das ist eben das Problem so, dass halt wieder die USA sind und sie tun immer so, als wäre das alles so toll und sie würden ja nur Demokratie und weiß ja nicht, gute Werte in die Welt bringen wollen, aber eigentlich geht's ja halt mehr ums Öl. Weiß nicht. Ich finde das alles sehr schwierig und aber offenbar finden es die meisten Menschen gut, dass sie jetzt rausgehen und dann ist es halt offenbar auch eine gute Idee. Ich weiß es nicht. Ich kenn mich mit sowas nicht aus, mit Militär und Zeug. Ja. Womit du dich aber auskennst, ist mit Reichtum. Ja, absolut. Mein Bankkonto kann davon eine Oper komponieren von Reichtum. So, jetzt haben wir nämlich wieder hier diese Sache Trillion ist eine Billion, richtig? Also, wie viele Menschen braucht man im Jahr 2021, Tino, um eine Billion Net Worth zusammen zu bekommen? Na, kommt ja drauf an, wo sie herkommen, oder? Ja, die reichesten natürlich. So wenig wie möglich. Wahrscheinlich zwei oder drei oder so, ne? Na, nicht ganz. Es sind acht. Okay. Aber auch okay. Also, acht Leute haben eine Net Worth von einer Billion. Das ist doch mal, die haben sich, die haben wirklich mal richtig die Ärmel hochgekrempelt, du. Und das ist ja das Geld, von dem man weiß. Da weiß man jetzt nicht, wie viele Briefkastenfirmen stecken da vielleicht noch dran. Die Paradise Papers haben uns gezeigt, das sind alles lupenreine Steuerzahler. Amazon zahlt ja in Amerika gar keine Steuern, das ist einfach großer Spaß. Und, ähm, ja, das ist, äh, da kann man mal applaudieren, finde ich. Ja, absolut. Wir hatten ja mal als Die Partei den Slogan, wenn sie uns wählen, nieten wir die hundertreichsten Deutschen um. Das ist natürlich Satire, ja, aber ich will nur sagen, das sind halt so, so Dinge, die man durchaus auf Plakate schreiben kann, fand ich ganz witzig. Ne, Tino, jetzt kannst du nicht wieder hier mit Mord und Totschlag ankommen, ja, Herodes Schläfe ist grad explodiert, ja, ich, ich muss jetzt die Gegenseite beleuchten, weil diese acht Leute, die sind ja alles sehr rechtschaffende und die Welt voranbringende Menschen, äh. Keine Frage, absolut. Und solange in, in der, in der fucking Kensington Avenue in Philadelphia die Leute da immerhin noch schlafen können, ja, da brauchen die kein Geld oder, oder Obhut, Obdach. Ja, ich hatte auch erst vor ein paar Tagen wieder das Gespräch über, über Existenzmaximum, dass ich diese Idee so in diese Gruppe gebracht habe, wir hatten so eine Zoom-Konferenz und, ähm, haben so ein bisschen gequatscht über, über, ähm, Aktionen, die man machen kann, jetzt zur Bundestagswahl und so weiter, da habe ich auch das, das Thema Existenzmaximum reingebracht und, ähm, das finden immer alle ziemlich cool, aber sobald der Erste kommt und sagt, dass es halt grundgesetztechnisch nicht, nicht möglich ist, weil man ja ein Recht auf Besitz hat, wird das Thema meistens ausgeschlagen, aber ich weiß nicht, ob das so unmöglich ist, ein Existenzmaximum einzuführen, weil ich, ich wäre dafür. Ich auch. Jetzt haben wir uns wieder gegenseitig schön ans Fläumchen gefasst, nächstes Thema. Und andere, der Dogecoin. Oder du, ja, mach du, mach du, mach du. Der Dogecoin ist jetzt, äh, to the moon gegangen. Der was? Der, ähm, ja, du kennst doch vielleicht diesen Hund, das ist so ein Meme-Hund, so ein, so ein, blonder, gelber Hund. Ich glaube schon, ja. Ja, ja, doch, doch. Ja, der guckt so, so komisch, als hätte er auf, auf den Teppich geschissen. Ja, genau. Ja, und in den letzten Tagen ist der Kostar um 5.000, äh, 500 Prozent hochgesprungen. Es ist quasi, äh, ja, sowas wie Bitcoin, ne? Ach so. Ganz einfach gesagt. Ist ein bisschen was anderes, aber ist, ist so der Meme-Coin. und der ist alleine gestern irgendwie um 180 Prozent gesteigert worden und ist ja jetzt sage und schreibe 24 Cent wert. Also, äh, pump all deinen Lebensunterhalt da rein. Vielleicht ist er nächstes, nächstes Wochenende dann ein Euro wert. Hast sein Kapital vervierfacht. Vielleicht halt auch nicht. That's the fun. So, Ist das nicht diese Währung, die, die, äh, die Kalle gerade so ein bisschen vorantreibt? Naja, Dusche nicht. Keine Ahnung. Ne, das ist was anderes. Das lassen wir drin, wir sind Profis. Selbst drin. Ne, es ist, es ist nicht so meine Welt. Ich finde das alles so ein bisschen, naja, egal. Wer auch Profis sind, machen wir nicht das nächste Fass auf. Wer auch Profis sind, ich muss ja mal wieder meine, meine Freunde der AfD einbringen, der hat jetzt ihren großen Parteitag vor ein paar Tagen und, ähm, es gab einen Beschluss, ähm, der aus Versehen verabschiedet worden ist und zwar, ähm, haben sie, haben sie beschlossen auf dem Parteitag nur noch, ähm, Menschen einwandern zu lassen, die mindestens fünf Millionen Euro auf dem Konto haben. Ah, ja, da habe ich, da habe ich ein Video gesehen, wie sich, äh, die von Storchen drüber aufregt. Genau, dann ist sie wohl auf die Bühne gestürmt nach der, nach der Bestimmung und der Zulassung dieses Antrags oder des Programmpunkts und sagte, sag mal, merkt ihr gar nicht, was gerade passiert ist? Ähm, wir haben gerade beschlossen, dass Menschen nur noch einwandern dürfen, die halt fünf Millionen Dollar oder Euro als Vermögen haben. Das geht auch nicht. Das kommt davon, dass wieder keiner das, äh, das Programm gelesen hat, so, weil es mehr als eine Seite war ähm, und ihr nur wieder auf die Stichpunktzettel guckt und wisst ja nicht, worüber ihr abgestimmt habt und tatsächlich ist es nur bestimmt worden, weil keiner von der AfD und nur die wenigsten diesen Programmpunkt zu Ende gelesen haben, weil es halt zwei Seiten waren. Und das ist, wird gerade, also es ist ja auch furchtbar gefährlich, wenn du da irgendwie Leute da sitzen hast, die ja durchaus auch immer mehr an Stimmen gewinnen, also Gutes schwankt und je nach Bundesland, aber trotzdem gewinnen die ja auch insgesamt an, an, an Macht irgendwie und wenn die Dinge bestimmten, die ja, also die Menschen sind eh schon inkompetent und irgendwie auch, ich würde jetzt mal wertend sagen, dumm sind und eine rechtsextreme Ader haben und dann stimmen die auch noch über Sachen ab, die sie gar nicht, gar nicht raffen. Das ist ja noch gefährlicher, also dumme, inkompetente und unaufmerksame Nazis da Sachen bestimmen zu lassen, das ist furchtbar gefährlich. Kontroverse These. Ist dann, ist dann geändert worden, tatsächlich aufgrund dessen und das geht auch nicht und irgendwie gab es dann auch dann Stimmen, die dann gesagt haben, dass dieser Punkt wohl vom rechten Flügel, so von Höcke und so da eingefügt worden ist und dass er offenbar so viel Macht hat, dass er gar nicht mehr in Frage gestellt wird, Höcke und wahrscheinlich, also Prognosen sagen, dass Höcke mal den Laden übernehmen wird, dass der nicht für den Landtag antritt, für Thüringen irgendwann, sondern dann für den Bundesvorstand antritt und dann ist die Partei aber endgültig im rechtsradikalen Lager zuzuordnen, spätestens dann. Ja, wir werden mal sehen, was die Bundestagswahl mit sich bringt an Zahlen, ne? Ja. Das wird eine spannende Geschichte. Alle prassieren ihn. Aber die sind ja, an sich ist die Tendenz ja gerade schon eher, aber das sind halt auch nur Prognosen, ne? Aber schon eher, dass die AfD deutlich zurückgeht. Ja, schon. Also insgesamt schon. Es gibt halt so, je nach Kommune, je nach auch Bundesland, ist es sehr verschieden, aber immer noch zu viel, wenn du mich fragst. Und es kann sich auch ständig drehen. Also jetzt gerade, wo sie ihr Programm wieder beschlossen haben mit Sachen wie Lockdown sofort beenden und Maskenpflicht abschaffen und so weiter und irgendwie auch, dass wir die Impfungen sehen, die auch alles irgendwie kritisch. Und das sehen ja viele Menschen in der Bevölkerung ähnlich, die vielleicht nicht rechts denken, die einfach nur keinen Lockdown mehr haben wollen. Und da kann es schon sein, dass die AfD einen Aufwind bekommt. Und obwohl diese ganzen Corona-Geschichten ja auch nur irgendwie Deckmantel sind, um ihre rassistischen und rechtsradikalen Themen zu vertuschen, letztendlich. Und ich meine, unserem Land geht es eh schon irgendwie nicht so gut, ja, mit der ganzen Impfsituation und den ganzen Neuinfektionen. Wenn wir, also ja klar, ist die aktuelle Regierung voll inkompetent und kriegt es nicht hin zu impfen und irgendwie Maßnahmen durchzusetzen, die sinnvoll sind. Und aber deswegen die AfD zu wählen, das ist ja, weiß ich nicht, die machen es ja noch schlimmer, aber die wollen ja offensiv vor die Wand fahren und wollen ja ganz klar gar keine Maßnahmen haben und sind ja auch impfkritisch. Also wer die Regierung, wer die AfD wählt, nur weil sie die Regierung nicht gut finden im Umgang mit dem Coronavirus, weil die zu lasch sind, dann ist es halt voll widersprüchlich. Das merken sehr viele nicht. Ich sehe gerade parallel 21,3 Prognose für die Grünen. Auch da einfach clever gesetzter Name, da steht Grün im Namen. Greta muss die gut finden. Nee, nicht unbedingt. Die Grünen sind auch nicht so grün. Also ich kenne auch sehr viele... That's the point, Alter. That's the fucking point. Ich sage doch nur, das sind die Grünen, die heißen so. Greta muss die gut finden. Aber das ist halt nicht der Fakt. So, also deswegen vielleicht... Ja, es wird alles. Es wird alles super geil. Was auch super geil ist. Herr Roth, das wünscht sich ja so American News. Deswegen hole ich mal den größten Aufreger aus Amerika. Die Pinky Gloves aus Amerika. Und zwar der Mord oder das versehentliche Shooting an Daunte Wright. Da hat eine Polizistin einen Taser in der Hand gehalten und geschossen. Oh. Stellt sich heraus, huch, es war gar kein Taser, es war eine scharfe Waffe. Kann passieren. Die Polizei ist 20 Jahre alt, befreit sich bei einer Leibesvisitation respektive Verhaftung so ein bisschen aus den Fängen der Polizei, steigt wieder zurück in sein Auto. Dabei ruft die Polizistin Taser, Taser, Taser. Dann hörst du einen Schuss und dann, oh, I shot him. So. Das ist natürlich jetzt die Debatte, wie schwer ist es, einen Taser und eine Einsatzpistole auseinanderzuhalten. Und die sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Das war halt einfach eine ganz ungeschickte Verwechslung, Tino. Das kann mal passieren. Ich meine, die Frau dachte auch jahrelang, die wäre eine kompetente Polizistin, dann ist sie doch nicht kompetent. Kann mal passieren, so eine Verwechslung. Diese Käfige da, ja, am Rand von Mexiko, das ist auch nur eine Verwechslung. Oder diese Detention Centers für die Uiguren, das ist nur eine ganz ungeschickte Verwechslung. Die wollten eigentlich Schulen bauen. Na klar. Ach man, so viele Missverständnisse und so viel, ach, es ist menschlich. Irren ist menschlich und auch wenn Menschen dabei sterben, ja, meine Güte. Was will man da erwarten? Also ich, ich calle fast voraus, dass diese Polizistin keinerlei Repressionen fürchten muss. Sie ist von sich aus zurückgetreten. Wow. Eine Heldin. Aber vielleicht kriegt sie jetzt auch dauerhaft bezahlten Urlaub, das gab es ja auch sehr oft. Aber es ist schon Quatsch, Tino. Also ich finde es auf der anderen Seite auch ehrlich gesagt ein bisschen Quatsch zu sagen, dass sie eine Rassistin ist, weil sie das gemacht hat, weil der Typ halt, ich glaube so Latino oder so ist, keine Ahnung, ist mir auch egal. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Quatsch, das gleich zu Schluss folgern, aber es ist genauso Quatsch zu sagen, huch, ich habe das aus Versehen verwechselt. Aber ich dachte... Also da muss sie schon sehr inkompetent sein und sie war 26 Jahre im Dienst. Ach, der war schwarz, habe ich überall gelesen. Ich habe das Video nicht sehen wollen, aber ich habe gelesen, dass der junge Mann schwarz war, nicht Latino. Ja, People of Color halt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin halt so unrassistisch, für mich ist das egal, weißt du. Warte, ich google den hier, ja, kann schon sein, ich will jetzt gar nicht urteilen, ob der schwarz ist oder so ein schöner Hautton. Ja, man will fast sagen, es ist nicht relevant, aber es ist es leider, weil es ist halt schon wieder irgendwie ein schwarzer, junger Mann erschossen worden, von der Polizei und aus Versehen einen Teaser verwechseln mit einer Pistole, weiß nicht, ausgerechnet bei einem schwarzen oder bei einem People of Color, das ist doch kein Zufall mehr, ich weiß es nicht. Ich finde das ganz, ganz schwierig und ganz, ganz traurig. Ja, auf jeden Fall sind deswegen sehr viele Proteste wieder losgetreten worden in Minnesota und sehr, sehr viele Leute, die sehr ungehalten sind ob der Situation. Ja, mit Recht. Ja, auch viele Leute sind ungehalten, weil irgendwie Markus Söder 2015 mal geblackfaced hat. Ich finde das irgendwie, also ja, nicht cool, ich hau dir auf die Finger, Marky Boy, aber, der hat so viel kritikwürdigen Shit in seiner politischen Vergangenheit, als wirklich substanzielles, da kennst du dich doch auch aus, eine Familie besteht nur aus Mann und Frau und solche Geschichten, wo man im Jahr 2001 vielleicht, äh, 21 vielleicht einhaken kann und sagen kann, das sind politische Entscheidungen, die gilt es zu kritisieren und das finde ich für einen potenziellen Kanzlerkandidat wesentlich relevanter, als ob er sich mal schwarze Farbe ins Gesicht gemalt hat. Ja, der Söder ist halt so ein Streitthema, also ich, ich glaube, er hat das Zeug zum Kanzler, ich glaube, dass er so dieses Format hat und es auch so trägt, aber ich finde auch vergangene Dinge von ihm sehr schwierig. Er hat sich auch öfter schon sehr asylkritisch geäußert und auch homophob, muss sich aber wohl auch gedreht haben in den letzten Jahren, also ich habe auch von ihm schon andere Sachen gesehen, dass er sich irgendwie als Drag-Queen verkleidet hat und auch in Reden explizit die schwulen Rechte vorangetrieben hat und meinte, dass es auch eine Familie ist, wenn du, die aus zwei Männern besteht und einem Kind und so, also er scheint so einen Wandel durchzumachen. Die Frage bei solchen Menschen ist immer, ist denn der Wandel echt ernst gemeint? So ist er jetzt wirklich tatsächlich irgendwie für Schwulenrechte und er machte das eben doch nur, um sich irgendwie abzugrenzen und um auch von den coolen linken Leuten gewählt zu werden. Ich weiß es halt nicht. Ja, possible, muss aber dazu sagen, also ob jetzt Merkel insgeheim irgendwie Schwulen hasst und denen trotzdem irgendwie die Ehe und alle Rechte gibt, so, ist dann eigentlich relativ irrelevant. Also natürlich ist es nicht cool, ja, aber wenn letztendlich, wenn quasi, wenn ich persönlich jetzt Longboarder hasse, aber denen trotzdem alle Rechte zugestehe, ja, dann finde ich das nicht so relevant, dass ich die privat hasse. Nee, ich finde es schwierig, gerade wenn es um sowas geht, also, ob du jetzt Skater bist, so Longboarder, ja, das kannst du dir ausruhen, aber jetzt, wenn du eine sexuelle Orientierung hast und du hast dann irgendwie einen Kanzler oder eine Kanzlerin da an der Spitze, die dich insgeheim verachtet, dann fühlst du dich halt nicht repräsentiert und ich finde, dass eine Kanzlerperson, das einfach fürs Volk da sein muss und wenn das Volk auch mit Homosexuellen bestückt ist, dann, und dann sollte man denen auch vielleicht die gleichen Rechte zusprechen und da hast du halt einfach nicht. Das habe ich ja gerade gesagt, Tino. Stell dir vor, das war nur ein hypothetisches, so ein Szenario, der kämpft mit jeder Faser seines Körpers für die Rechte dieser Leute, aber mag die nicht, dann ist mir das eigentlich relativ egal, ob er die mag. Darum ging es. Das verstehe ich, aber ich finde, es reicht nicht aus so. Ich finde, man soll trotzdem diese Person respektieren und auch sagen, er kann ja maximal sagen, er kann damit nichts anfangen, ja, aber irgendwie, sich zu äußern, von wegen, er findet das irgendwie unnatürlich und so. Es war auch nur ein spontaner Gedanke, das sollte gar keine große Diskussion sein. Es ist natürlich viel besser, wenn der die auch mag oder zumindest duldet. Das ist aber nett von dir, Herr Söter. Es war einfach nur ein fucking Gedanke, Mann. Ich finde es einfach dumm, dass man sich jetzt auf Blackfacing, ja, Blackfacing ist nicht cool, wenn man da irgendwie Leute mit irgendwie verspottet und verletzt. Das ist nicht cool, aber dass man sich darauf irgendwie versteift, ist halt dumm, wenn es genug anderes Substantielles kritisierbar gibt. So, das war schon wieder genug, Tino. Ich wollte das nur mal ganz kurz sagen, wir haben schon wieder nur fünf Minuten und ich habe hier eigentlich noch eine ganze Palette von Sachen, die ich zumindest mal ganz kurz ansprechen wollen würde. die Nummer von Rhinos, von Nashörnern ist genauso zu dem Moon gegangen wie der Dogecoin, Dogecoin, Alter. Das ist so geil, 16% Increase von irgendwie 400 auf 500 oder so in Nepal. Geil. Wow. Der Klimawandel ist besiegt. Ja, das freut mich. Was ich ganz interessant finde, Neuseeland verbietet Verkauf an jeden, der nach 2004 geboren ist, um bis zu 2025 die Nation smokefree zu machen. Finde ich interessant. Aber meine Grundrechte, mein geiles Leben ohne Zigaretten, wie soll das denn gehen? Und da wir die Uiguren kurz angesprochen haben, ein Gynäkologe, der aus China exilt wurde, hat gesagt, pro Tag hat er oder wurden bis zu 80 Sterilisationen an Uiguren vorgenommen. Ein weiteres klares Indiz für Genozid. Ja. Okay. Tino. Ja, also die Ukraine warnt irgendwie, dass Russland Nuklearwaffen auf die Insel Krim irgendwie mal bringt. Erdogan hat gesagt, hier, Russland finde ich nicht gut, ich supporte Ukraine. Myanmar hat mal wieder irgendwie mit Rifle-Grenades über 80 Leute getötet. Irgendwie, keine Ahnung, seit das Ganze angefangen hat, der Putsch. Der wurde so schön eingeleitet mit der tanzenden Dame. Und jetzt noch eine schöne Sache, die auch um diese acht reichesten Leute sich dreht. Denn die reichesten fünf Prozent, das ist hier so ein Report von BBC Co. UK, eine sehr verlässliche Quelle auch, wenn man nach dem Media-Bias-Check geht. Die reichesten fünf Prozent alleine haben von 1990 bis 2015 37 Prozent aller globalen Emissionen verursacht. Kommt, nicht so überraschend. Ja. Aber Reichtum ist ganz gut und wichtig. Wenn es alle haben. Ja, reich an Liebe. So, Tino, komm, sag, dass die Ärzte noch ein Album rausbringen. Los, sag's. Ja, das ist auch eins meiner Themen. Die Ärzte haben jetzt angekündigt, also, ja, so halb, aber es ist irgendwie klar, dass sie noch ein Album veröffentlichen werden und ich vermute, also, ich calle, dass es ein Bela-lastiges Album sein wird, weil ja das war ja sehr Farin-lastig. Ja. Also, ich wünsche mir auch eher ein Farin-lastiges Album, weil ich bin ja auch eher Team Farin und, aber ich finde es auch schön, wenn es ein paar mehr Bela-Songs gibt, die auch gut sind, weil ich die Bela-Songs auf hell nicht so stark fand insgesamt. Also, in der neuesten Zeit, ja, also die letzten drei, vier Alben oder so, da würde ich auch echt fast sagen, dann lieber mehr Rott-Songs als Bela-Songs, mal abgesehen von fucking Tamagotchi und ich bewerfe dich mit Wattebällchen, Scheiße. Die Hard, ja. Ja. Aber schön. Ich will ja nicht sagen, dass ich es gecallt habe hier am Brennpunkt, aber ich habe es gecallt. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema und ich bin sehr gespannt und bin voll gehalten auf dieses Jahr. Klar wurden jetzt viele Konzerte wieder verschoben, auch bei Chemical Romance, mein Konzert, wo ich mit Soulfang, hingefahren wäre nach Bonn, wurde jetzt verschoben, sehr, sehr sad, aber jedenfalls stehen jetzt Touren an von die Ärzte und ein neues Album und auch ein Rammstein-Album und ich bin sehr gehypt drauf. Noch ein paar kleine Themen, ich abhaken möchte. Prinz Markus von Anhalt, der superintelligente Möchtegern-Blaublüter wurde jetzt wegen Volksverhetzung angezeigt, weil er bei Promis unter Palmen, was auch immer das ist, gesagt hat, dass Schwule eklig seien und muss es wohl nochmal betont haben in den sozialen Medien, dass er Schwule eklig findet und jetzt bekommt er halt eine Anzeige dafür. Also dem Kollege traue ich zu, dass der ein paar Jahre vorm Coming-out steht. Ja, wahrscheinlich. Genauso wie der ein US-Bachelor, der wohl auch irgendwie als, das war so eine Sensation, der war übelst gut aussehend und irgendwie auch, weiß ich nicht, total sympathisch, war der Bachelor irgendwie Typ, der halt irgendwie ganz viele Frauen daten durfte, der aber noch Jungfrau war. Das war so voll sympathisch, dass alle dachten, boah, das sieht so gut aus, ist kein Fuckboy und ist noch Jungfrau und so, der ist voll der heiße Shit. hat sich jetzt als schwul geoutet, nachdem er sich getrennt hat von seiner Lieblingskandidatin. Das passt noch so ein bisschen dazu. Das geht gerade so ein bisschen viral in der queeren Szene. Und noch zum Schluss ein lustiges Video vom Reichstag in Berlin. Gab's jetzt einen Mann, der dachte, dass es eine ganz große Demo wäre vom Reichstag und ist von 600 Kilometern angefahren und kein Schwein war da und er wurde irgendwie eingefangen mit einer Kamera, wie er irgendwie fast am Heulen ist und sagt, oh, ich bin extra 600 Kilometer her gefahren, nichts ist hier los, wo sind die Berliner, wisst ihr nicht, was heute hier beschlossen wird? Da kommt so ein Kommentar von der Seite, ja, also nächste Woche wird hier was beschlossen. Er sagt, ja, nächste Woche, aber trotzdem und hier ist keiner und peinlich und gute Nacht, Deutschland und ich möchte weinen. Das war sehr witzig. Nice. Ja, dann war das doch eine wirklich bunte Woche, du. Ja. Was gibst du denn dieser Woche mit deinem Ärztealbum? Es ist unser Ärztealbum, will ich mal anmerken. Ja, du bist genauso ein DE-Fan wie ich. Ja. Und ich muss sagen, es war für mich eine sehr eignisreiche Woche, so irgendwie mit, alleine das Ärztealbum ist für mich schon mal 1000 Punkte wert. Pinky Gloves war übelst das virale Ding. Das ist ja eigentlich genau das, wofür unser Podcast so ein bisschen steht, diese ganzen viralen Hits und Shitstorms aufzufangen. Das ist richtig, das ist halt echt zu mir so gut wie gar nicht durchgedrungen, aber ist okay. Dafür dringt ja das Blut durch den Tampon durch. Genau. Und deswegen muss ich sagen, und da ich auch jetzt persönlich ins Kreuzfeuer von querdenkenden Leuten geraten bin, bin ich halt gerade voll drin und ich fand, es war eine richtig virale Woche. Hm. Okay. Aber ich finde es immer schwer, Zahlen rauszuhauen, weil man irgendwie Vergleiche ziehen will, aber es hat sich für mich persönlich wie eine 8 angefühlt. Ja, da würde ich aber, da würde ich schon noch mitgehen auf jeden Fall. Echt cool. Ja, doch. Doch, doch. Ja, machen wir glatt 8, ist doch schön. Und ich lese gerade noch, ich lese gerade noch von einem Blutbad, einem Amoklauf in einem FedEx-Paketzentrum. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. In Indianapolis hat wohl einen Täter 8 Menschen erschossen. Uiuiui. Oha. Ja, kriegt man halt auch nicht so mit. Ja, es ist und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, wahrscheinlich. Na gut. Pendergong, DJ. Dann ist da halt mal wieder ein Shooting gewesen. Genau. Sehr geil. Same old, same old. Ja, also dieses Weimarer Kaffee-Video hat mich halt richtig hart getriggert. Von daher geht die 8 klar für mich. Sehr gut. Freut mich. Gut. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Ich hoffe, alle Frauen, die mir zugehört haben, hassen mich jetzt nicht. Ich liebe euer Periodenblut. Habt damit kein Problem. Stopft das in jeden Mülleimer, in den ihr wollt. Gar kein Ding. Ich grüße alle Menschen mit Fronthole und Menschen, die menstruieren und stehe voll auf eurer Seite. Geil. Prinzipiell. Simp. Das war Folge 111. Ja, ey, stimmt. Knappstahl. 111. Sau nice. Ja. Das war ein großer Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Hör uns. Bis zum nächsten Mal.